Guten Tag zusammen, ich möchte hier ganz herzlich mal Sie einladen zu einem Ladungssicherungsversuch, wie wir Ladungssicherung in der Firma Modulasi heutzutage prüfen und zertifizieren mit unseren Kunden die Ladungssicherung betreibt. Guten Tag, mein Name ist Markus Fundes von der BGT Bischof Glastechnik AG in Bretten. Wir sichern unsere Glasgestelle in den Fahrzeugen mit dem Modulasi Ladungssicherungsversuch. Ich möchte hier die Firma Wolfmüller vorstellen in Sachen Speziallogistik. Mein Name ist Timur Grahm von der Firma Wolfmüller Spedition aus Bretten. Transportsicherheit steht bei uns an erster Stelle. Hier sind Sie einen Speziallauflieger mit Modulasi ausgestattet. Diese Keile sind nur dazu da, um eine zusätzliche Sicherung zu bilden während des Fahrversuches, da wir immer auf absolute Sicherheit achten. Modulasi bietet auch Workshops zur Ladungssicherung an, wo auch von den Anwendern die Erfahrungen einfließen und in die Technik umgesetzt werden. Wir haben hier eine neue Klammer konzipiert, spezielle Anwendung für Großgestelle. Diese Klammer wurde speziell für ein Fassadengestell konzipiert, nach Wünschen des Kunden und zur Abnahme, zur Ladungssicherung. Hier zeigen wir deutlich ein Gestell mit 5 Meter Länge und 3 Tonnen. Diese Klammer wurde w деле schritte, so haben wir schon richtig gefunden. Das habe ich für so lange Psychologia. Wir schauen zu Lotusren. Wie diese Klammer. Bier Sie sind Untertitelung des ZDF, 2020